Da, Fug. Oh Gott. Nee. Auf jeden Fall nicht Gott. Was? Ich hab keine Ahnung, worauf ich zielen soll, ne? Hör mal. Oh. Ah, halt, stopp. Warte mal, da ist... Oh, oh. Halt! Okay. Da ist die richtige Stelle. Ich... Ich will dir das nicht antun, Myra. Fuck. Ja. Hart daneben. Fuck. Daneben. Oh, oh. Warte. Ach was. Wuhu. Oh Gott. Ist das dein Ernst? Warte mal hier. Äh. Oh Gott. Oh Gott. Nice. Nee? Meinst du? Halt! Ist aber nett, dass die... ...die Sachen gedroppt haben, ne? So, hey. Warte mal. Ich hab da was an der Schulter, ne? Hey. Ciao. Ich muss da irgendwie rankommen. Ja, 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 ja. Oh, oh. Halt! Nein! Yes. Oh. Da fehlt jetzt ein Arm. Äh. Greift mich jetzt der Arm an? Äh. Das ist nicht gut. Messer. Nee, Pistole. Ja. Huh. Okay. Ähm. Noch mal zum Sniper. Hä? Was? Was? Oh. Fuck daneben. Daneben. Scheiße. Okay, warte. Halt. Mission. Danke. Daneben. Fuck. Okay. Ich muss versuchen, irgendwie hinter sie zu kommen. Was ist das? What the... Fuck. Ey, ich will da durch. Soll. Einfach wand. Seh ich nicht. Nee, seh ich nicht. Fuck. Fuck. Ist ja gut gewesen. Komm, der war getroffen. Das war ein Trepp... Was ist das denn? Ich hab das Gefühl. Ey! Die denn wie schon wieder her? Okay. Okay. Ähm. Nein, lass das. Oh, oh. Lass das. Äh, drei. Voll in die Fresse. Ja, wenn sie noch kämpfen. Ja, sie hat nichts mehr. Ja, wenn sie noch kämpfen. Äh, da sind Augen. Stich die Augen ab, ey. Ähm. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden sollte, dass sie sich verflüssigt. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich da bin. Immer wieder. Ich weiß nicht. Ich habe ein ungutes Gefühl. Was ist das? Ich dachte schon. Ich würde jetzt nicht unbedingt durch... ...seine geschmolzene Frau laufen. Oh. Okay, wenn ich das sehen würde. Malhera. Bitte. Es tut mir so leid. Ich wollte nicht... Nein. Ich hatte keine Kontrolle. Du hast das Richtige getan. Danke. Ich bin so froh, dass du lebst. Du musst... Lily nehmen. Bring sie hier raus. Ich bringe uns alle hier raus. Komm. Es ist zu weit. Lass mich... Hol einfach Lily. Geh schon. Nein. Ich verlasse dich nicht nochmal. Du musst... Du musst... Geh. Ich komme nach. Wir treffen uns dort. Lily... Brauch dich... Brauch dich... Bitte... Schnell... Da gibt es doch noch irgendeinen Haken. Warum ist das... Du musst zum Haus. Errungischer Freischalte. Bedauernswerte Konsequenzen. Kapitel 17. Ein Ausweg. Das ist immer noch nicht vorbei. Oh, warte mal. Ich kann die Waffe nicht mehr wechseln, ne? Ach, von da bin ich ja gekommen. Hab ich da gekämpft? Okay. Oh. Das ist cool. Hoffentlich geht es dir gut. Ja, warum sollte es dir nicht gut gehen? Kontakt wieder hergestellt, Sir. Wo ist der? Wir kriegen keine exakte Position. Moment. Der Kern wurde gefunden. Der Marker nähert sich ihr. Sehr gut. Sagen Sie dem Marker, wie er den Kern wieder aktiviert? Ich überbringe nur ungern schlechte Neuigkeiten, aber dafür ist es zu spät. Die Umgebung hat zu viel Schaden genommen. Selbst mit dem Kern steht der totale Zusammenbruch von Union kurz bevor. Nun gut. Wir haben noch den Stem. Wir können neu anfangen. Aber wir brauchen den Kern. Sie ist zu wertvoll. Das Sanitäts-Team soll die Abholung vorbereiten. Wie viel Zeit? Hängt davon ab, wie schnell er sie zum Abholungspunkt bringt. Sie sind in der Nähe. Dürfte nicht lang dauern. Das Team steht vor Ort bereit. Das Sanitäts-Team soll den Marker nach der Abholung eliminieren. Sein Zweck ist erfüllt. Ja, Sir. Scheiße. Kate. Kontaktieren Sie Ihren Mann und geben Sie ihm Anweisungen. Tja, das wär's dann wohl, Kate. Kate. Haben Sie mich gehört? Ja. Habe ich. Spüre ich da etwa ungehorsam? Sie können ihn nicht töten. Doch können wir und werden wir. In der realen Welt wird er für uns zur Belastung. Rufen Sie ihn und sagen Sie ihm, wo der Abholpunkt ist. Kommen Sie, Kate. Er hat beim Betreten der Stem sein Todesurteil unterschrieben. Also, führen Sie den Befehl aus, sonst unterschreiben Sie Ihres. Nein. Schade, dass Sie uns verraten wollen. Ich hatte mir viel von Ihnen erhofft. Dafür hat er ja Hoffmen gehabt. Ach, scheiße. Oh, lol. Wow. Wow. An die Security melden Sie sich in der Steuerzentrale. An die Security melden Sie sich bei allem, bevor noch mehr kommen. Scheiße. Oh, lol. What the fuck passiert da gerade? Scheiße. Boah, ich dachte, jetzt kommt es zum Schluss und nochmal eine Bombe geplatzt. Leck mich doch. Okay, ich glaube, ich vertraue Kidman doch. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen. Sie hat mein Vertrauen gewonnen. Oh, fuck, ey. Ich habe mich auch schon die ganze Zeit gefragt, wie sollen wir denn hier rauskommen? Das stellen Sie doch fest. Vor allem, es ist so. Hey, wir haben noch den Stem, wir brauchen den Kern. Wir machen das einfach neu. Also, wirklich dreimal den gleichen Fehler? Dreimal? Ernsthaft? Wie dumm muss man sein? Sie muss oben in ihrem Zimmer sein.